Seid gegrüßt, meine Schäfchen, meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Ich habe auch heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner Heiligen Schrift für euch für heute und zum Sonntag. Und in Johannes 4, in den Versen 46 bis 53 steht beschrieben. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen. Denn der war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Diener sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Kind lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Gott, da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und nun glaubte er mit all seinem Haushalt. Meine Schäfchen, meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Das war auch heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner Heiligen Schrift. Für euch, für heute und zum Sonntag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.